wir wollten lauschen sehen was der kollege zu sagen hat ja dann lauscht doch mal wo bleibt die ablösung meine wache ist schon seit einer weile vorbei aber es kommt niemand um mich abzulösen ich weiß doch alles ja alles ja wir kommen jetzt wieder von daher aber wir müssen den ja nicht nicht wir wollten da jetzt sehr schnell und er hat er angst ja aber vor was du weißt ja schon was deswegen lasst mich wahrscheinlich aus weil ich gerade gleichen tja hätte es mal nach vorne geguckt und nicht zum hund dann hätte sie den den gesehen ja wo es gibt ihn böse reich aus ja so ist gut ja so läuft doch was ist er jetzt für kollege ich habe ich ja noch nie gesehen ne der ist neun das gute ist das gleiche die wachen abgeschlachtet hat die wachen abgeschlachtet kann man kann es mit dem noch mal trocken hier haben wir schon mal die kügelchen auf die brücke ist kaputt okay jetzt weiß ich auch warum wir hier nicht mehr reisen können jeden fall irgendwas im busch im im busch im busch die shinobi sie sind im graben was interessant die sind im graben da guck mal dass seine bambus treppe gedöhnt jetzt können wir ja tauchen ich komme jetzt da unten weiter müssen wir wahrscheinlich sowieso kommst du nicht rande irgendwo die brücke ist ja weg hast du gesagt gut wie war tauchen jetzt sagt er die ist mal alles erst mal hier ob hier noch so ein fisch ist ja dabei ist der gold für sie alles einmal abzugehen ja aber wir haben uns jetzt muss noch mal auftauchen da war noch irgendwas da oben so ok hochspinnt da stehe hochspinnt da ist doch ich habe ihn doch ja halt doch dann machst du ein glück dass er sich umgedreht hat ist hier oben das ist alles zu also hier sagt jetzt geht es bestimmt nach draußen wo wer ihn noch weiß ich mich so aus krass wie bambus so auftreibt ja das ist nur ja hier geht es runter zur china dings toll spiel so ja da geht doch mal hin da warte doch mal gesehen nein hat er nicht nachher den anderen ja ich würde mal sagen du hast den falschen kraftwerk gesnappt nein dann nicht so schönes ding schönes ding arschloch ok jetzt sind wir hier ja kannst du schon mal den wenigstens freisch schalten ja ich bin echt hier aufgeräumt zu erzählen man hätte ich das gar nicht gedacht eindringlinge Weißt du, was mir noch gerade einfällt? Dass wir unten bei der Talsperre noch nicht waren. Genau, weil da ist ja auch noch ein Buddha, ne? Richtig. Der da. Hier waren die Eindringlinge auf jeden Fall nicht. Eindringlingling? Eindringlinglingling. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich eh da hoch, ne? Mhm. Soll ich jetzt mal so tippen? Oh Gott, die haben sogar die Creme tot gemacht, so wie es aussieht. Ja. Wirklich ganze Arbeit geleistet hier, die Kollegen. Pass auf. Sieht gerade aus. Hast du das nicht gesehen? Was ist da? Siehst du das nicht? Bist du blind? Was denn? Da unten! Ah! Da, das ist nicht gerade aus. Was ist das? Was sind das? Ratten sie? Das sieht so aus. Drei Stück. Aber mit einem roten Hut. Ja. Deshalb frage ich ja, ob du blind bist. Der rote Hut ist mir gleich sofort ins Auge. Hier schossen. Mir nicht. Da unten sind noch welche. Kann man die belaufen? Ne. Das sind ja die normalen. Oder? Das sind die normalen, ja. Ja. Muss ich jetzt ja nicht unbedingt töten gerade. Dann bräuchtest du ein bisschen Leben. Ja. Da läuft was rum. Hast du gesehen? Ja, ja. Wahnsinn, spannend. Ja, geil. Natürlich, jetzt, wo ich ihn... Oh, die Fresse. Lach mich nicht aus. Würde ich nie tun. Nicht. Schönes Ding. Da unten wird auch schon wieder gekämpft. Hast du gesehen? Auf jeden Fall eben gerade so ein Lebensbalken. Ne, unten. Ja, da. Da, ja. Oh, anvisieren, Andi. Mann. Guck mal, das hat dir jetzt sogar einen Kampf erspart. Das Anvisieren. Oh, Mann, ey. Gut, dann müssen wir wo rein, ma? Oder können wir gleich nach ganz oben? Weiß ich nicht. Kannst du doch, oder nicht? Kannst du wieder da hoch. Musst du halt rechts wieder hochlaufen, da. Rechts war das? Weil da unten kommst du nicht rein. Doch, Tür ist auf. Ja, aber da liegt auch irgendwas. Da. Ja. Kannst du von oben snappen. So ist es wert gleich, ne? Jetzt. Oh, ja. Oh, da sind noch ein paar mehr. Schnell wieder aufs Dach. Scheiße. Der eine hat dich gesehen. Aber nicht so schlimm. Ist nur der eine. Geh mal nach vorne. Vielleicht kannst du den zweiten ja wegmachen. Oder du machst. Oder du machst... Lass mich doch einfach mal. Okay. Bin ich hier gerade in einer Stelle. Auf jeden Fall hat er dich jetzt außen nicht. Ja. Da. Da haben wir noch nicht. Da haben wir noch nicht. Da haben wir noch. Mehr blocken. Da. Oh. Roll, roll, roll. Heilen, heilen, heilen. Oh, was? Ja, Angriff. Oder? Ja, er hat mich jetzt angreifen müssen. Parieren. Was machst du denn immer? Ich drück falsch. Ach so. Oh, schön. Oh, Trappen sogar. Und ran da an den... Ah, den Speck. Schönes Ding. Ja, super. Alles mal mit Ruhe hier, ey. Super. Jetzt kannst du da reingehen. Ich will ja nicht rein. Ich will von oben. Das ist doch jetzt nichts mehr. Ich will ganz oben in das Fenster rein. Ach so, ich dachte, du holst jetzt erst mal das, was da liegt. Ach, das... Ja. Das Tor ist sowieso... Haben die da wieder einen Ogre drinne? Nö. Deshalb ist das Tor zu, alles klar. Eul. Ja, da ist wieder einer angekettet. Ach, du, vielleicht können wir von oben... Den irgendwie... Angriff von oben machen oder so. Dann können wir den schon mal einen Lebenspunkt weg schnetzeln. Oh, guck mal, da kannst du hochlaufen. Musst du nicht den ganzen Weg rechts rum. Ja, stimmt. Ja, wenn ich dann mich nicht so blöde anstelle. Ja. Oh, pass auf. Ach. Oh, der hat geflossen. Grund. Oh, das ist ja. Versuch erst den Hund, wie weh. Pass auf, der Hund. Schade. Hast du den erwischt, den Hund? Nee. Fuck. Mach erst den Hund weg. Ja, warte, ich versuch gerade mal ein bisschen... Anwesend, 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 anwesend. Imi, Kirikon, da... Steh auf! Oh! Heil dich. Heil dich bloß. Schönes Ding. Dagegen die habe ich noch nie so... Nee, die haben das echt drauf. Besser. Schlag, Schlag, Schlag. Scheiße. Ja. Weiter, 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 weiter. Komm, Imi, Kirikon. Ach, deine Dings war gebrochen, deine... War ja auch zu spät, äh. Gedrückt. Wahnsinn. Bei den hast du gleich. Ja, komm, komm, greif an. Fuck. Jetzt, ja. Schönes Ding, schön gefordert. Und, Mikiri. Schönes Ding. Angriff, Angriff. Ja, weiter, weiter, weiter. Oh, Vorsicht. Oh, schön, spring. Ach, super aus. Weiter, weiter, weiter. Ja. Schick. Nice, man. Wir werden mit dem Schwert noch in ihm rumrühren. Nimm mal eine Kugel. Bügelchen. Ich bin jetzt so viel davon. Dann fress dich mal an die Wand. Ach, du Scheiße. Wir rennen jetzt nur noch so eine Ficker rum. Leck mich in die Fresse geschissen, ey. So, ja, die Frage ist, kann ich die irgendwie... Na, probier aus, vielleicht kommst du da links rum. Aber, wenn er sich... Wer weiß, wie weit er wieder gucken kann. Vielleicht ist es auch wieder hier. Schlangenauge. Einmal gucken, wenn er gleich erst mal wieder in die andere Richtung geht. Vielleicht kann ich den ja wenigstens da erst mal rüber. Ja, richtig. Ja, irgendwas hatte ich schon wieder erspäht. Ganz kurz. Mhm. Dann schnapp dir den erst da oben. Das ist mein Plan. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Scheiße. Scheiße. Mach an Visieren, ey. Oh, fuck. Hallo. Oh, nee, renn weg. Das schaffst du nicht. Versuch da oben rein und dicht an den Butter zu setzen. Ja. Oh, renn, 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 renn. Wenn da oben hoch, da jetzt. Sprink. Ja. Alter, Finne. Was ist da los, ey? Leck mich am Arsch. Sonst raste gleich erst mal, dann hast du auch wieder die Kürbisse voll. Jetzt, da denkt man, man kann sich schön von hinten heranschleichen. Und dann kommen da irgendwelche Hunde, die auf dem Dach rumrennen. Was ist das denn, Alter? Ja, vor allem, wir sind die hochgekommen. Ich frage es nur, die laufen die dann ja bestimmt auch rum. Stimmt. Nö, da hat sich nichts verändert. Alles klar. Ich finde nichts verändert, okay. Oh, doch, doch. Scheiße. Warum rennt er denn da jetzt noch rum? Ich habe keine Ahnung. Der mich sieht oder hört? Ach, das war der Oger. Ja, ich bin doch gerade verschrocken. Verschrocken, vor allem nicht. Pass auf, die Lampe auf. Guck dir denn, der guckt sich schon wieder. Ja, wo ist der Oger? Da unten irgendwo. Willst du dich denn jetzt schnappen, oder? Ich weiß es nicht. Könnte mal versuchen, oder? Okay. Alles klar. Kann ich... Doch, ich kann mir anvisieren, ob das klappt. Weiß ich nicht. Mach mal, probier mal. Ja, okay. Mehr als... Nee, schade. Oh, jetzt auch gleich kacke. Aber bei dem war viel ausweichen, ne? Ja, weil er... Oh, vor allem hier ausweichen. Alter, wie fies. Ja, nee, ist klar. Ficken. Weg, 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 weg. Oh, Alter. Und mit... Nee, der hat keine roten Augen. Ah, ich will nicht, ob du das auskommst. Oh, das ist aus. Nee, doch nicht noch. Ich lebe noch. Du putzen hast du noch. Renn weg, renn weg, renn weg. Alter. Ist das ein Wichser. Ja, super. Weiter, weiter, weiter. Und weg, und weg, und weg, und weg. Und wieder ran. Weg, weg, weg. Oh, schönes Ding. Ach, die Tür ist auf. Weg. Wah, ich bin mal ausgewichen. Ich bin mal ausgewichen, ey. Oh, ätzend. Das habt ihr alle gesehen. Fuck, Alter. Heil dich erst mal. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz. Wenn der dich wieder greift. Huf, 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 weg. Ich hasse erst mal nicht. Und wieder weg, 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 weg. Ja. Und weg. Weg, 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 weg. Und anjälp. Ja, so langsam hast du es drauf. Hier musst du wieder ein Stückchen ran, dass er wieder irgendwas macht. Der rennt dir sonst die ganze Zeit nur hinterher. Und weiter, weiter. Anjälp, 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 weg. Oh, Alter. Ja, das ist natürlich hier mit Ausweichen ist immer schwierig. Das ist echt scheiße. Und dann gegen so einen Pisser, Alter. Oh. Oh, warum blockst du nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Weil ich gerade irgendwie so auf Ausweichen bin. Okay. Oh. Oh, nee, das war eine Scheißidee mit dem. Weg, da raus, da raus. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Aber das überlebe ich. Vielleicht nicht gut, aber ich überlebe es nicht. Oh, raus, da rennen wir bloß raus. Nein, ehrlich jetzt. Komm nicht weg. Ey. Was für ein beschissener Platz, ey. Er ist jetzt ja nicht mehr der Schwerste. Man hat ihn, aber du kommst jetzt irgendwo weg da. Nein. Du rennst dauernd irgendwo gegen, weil du willst ihn ja auch im Blick behalten. Alter. Naja, aber ich war wenigstens schon mal oben, ne? Ja. Richtig. Also ich meine an den Buddha. Ja, ja. Sonst hätten wir jetzt, äh... Sonst hätten wir jetzt laufen können. Gott sei Dank, was du an diesem Scheiß-Budda. Mhm. Also du musst dir den jetzt auch nicht unbedingt holen, also... Weiß ich nicht. Muss ich nicht. Nein, ja. Gebetsperle ist immer... Ich glaube, dass... Und er hat nicht mal mitbekommen, dass die Scheiß-Lampe kaputt gemacht hat. Ich dachte jetzt eben so, scheiße, das war's. Egal, du hast ihn recht schnell gepackt, also... Ja, aber jetzt hab ich die. Ach, jetzt sind er... Auch noch zwei davon, ne? Ja, richtig, auch noch zwei davon. Nein, 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 nein! Oh, du wolltest grad mich abstechen, Kleiner. Vor allem der, der seine Eier grad ein bisschen lüftet da. Oh, hab ich dich. Oh, die sind jetzt leichter, also jetzt mit den Stär... Also... Ja, wir haben natürlich jetzt... Ich mein, guck mal, unsere Lebensleister, ne? Oh, ich mein, auch von der Stärke, also die... Stärke, stimmt, Stärke. Nimm nicht mehr so viel... Eck. Bessergeschichte. Oh, die sind noch gleich, die sind noch gleich. Oma ist auch noch da. Oma ist auch noch da. Oh! Ähm, das. Aha. Mal wieder. Eigentlich wollte ich dich nur einmal parieren. Wie? Konnte ich nicht. Aber der teilt immer noch gut aus, ne? Ja, das machen sie immer noch, ja. Wie gesagt, ist egal. Wie stark oder wie below die Gegner sind. Wir haben trotzdem immer noch ordentlich Schaden. Die sind auch noch gleich. Nee, das kannst du mal vergessen. Das kannst du dir mal sowas von abschminken, Alter. Das kannst du haken, Kollege. Oh, ein bisschen auch so rein. Wir drücken den Rücken zu. Den schnappig. Nein, mach ihn weg. Die schnapp ich mit denen hier. Weil die können so langsam auch nichts mehr. Außer natürlich, wenn sie zu zweit sind. Da musst du nicht hoch, ne? Nee, ich weiß, aber... Oh. Oh. Warum sitzt sie hier? Weiß ich nicht. Bügelchen. Aber das werden wir leider erst in der nächsten Folge erfahren. War die die ganze Zeit hier? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, den Rest werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Schwarze Schriftrolle. Ach, ein alter Text, der eine schwarze sterbliche Klinge beschreibt. Neben der roten sterblichen Klinge gibt es das auch... Äh, gibt es auch eine schwarze. Der Name der Klinge lautet Offenes Tor. Und ihre Macht soll das Tor zur Unterwelt öffnen. Diese Macht erschafft Leben. Ich flehe dich an. Bring den Drachenblut Opfer da. Ja, Mann. So, gut. Das war's erst mal. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ja. Und dann werden wir mal weiter so gucken, was hier so in der Burg noch so abgeht. Denkt dran, uns noch mal ein Like da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo für den Kanal wäre super cool. Super geil. Super geil. Und natürlich die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und lasst doch mal einen Kommentar da. Bis denn. Ihr seid super geil. Frage. Bis dann. Vielen Dank.